Sängerin Rihanna überließ wenig der Vorstellungskraft bei den Council of Fashion Designers of America Awards. Sie kam in einem wirklich hauchdünnen Kleid und erhielt den Titel Fashion-Ikone des Jahres. Rihannas Brust, die man schon oft auf Instagram gesehen hat, war ein weiteres Mal in dem durchsichtigen Adam-Salmon-Kleid zu sehen. Auf dem Kleid Swarovski-Kristalle kombiniert mit passendem Kopfteil und Handschuhen. Zu dem Outfit gehörte ein Fell und ein winziger hautfarbener Tanga, damit sie nicht, äh, nackt war? Unter den etwas mehr bekleideten Promis, die das Event besuchten, waren Solange Noles, Lupita Nyong'o und Jennifer Hudson. Und obwohl alle Promis klasse aussahen, war das einzige Gesprächsthema Rihannas riskantes Outfit.